In diesem Video geht es heute um die Entstehung der Europäischen Union. Derzeit hat die Europäische Union 28 Mitgliedstaaten mit gemeinsamen Zielen. Die Flaggen der 28 Mitgliedstaaten kannst du hier sehen. Doch wie kam es dazu? Das wollen wir uns nun ansehen. 1945 endete der Zweite Weltkrieg. Die Wirtschaft war am Boden und es herrschte Unklarheit zwischen Politikern, Ländern und auch Völkern, wie es weitergehen sollte und wie die Meinungsverschiedenheiten überwunden werden sollten. Der britische Premierminister Winston Churchill hatte eine Vision von den Vereinigten Staaten von Europa. 1951 wurde diese Vision von Churchill vom französischen Außenminister Robert Schumann umgesetzt. Es wurde die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gegründet. Die Gründungsmitglieder dieser Gemeinschaft waren Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande. Das Ziel der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl war die gegenseitige Kontrolle der Stahl- und Kohleindustrie und mit Hilfe dieser Industrie keine Kriege mehr gegeneinander zu führen. Die Bewährungsprobe während des Kalten Krieges meisterte diese Gemeinschaft mit Bravour. 1957 wurden die römischen Verträge geschlossen. Es wurde die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die EWG, gegründet, die Europäische Atomgesellschaft, die Euratom und es wurde beschlossen, dass die Mitgliedstaaten ab sofort gemeinsame Organe wie parlamentarische Versammlungen, einen gemeinsamen Gerichtshof und Ausschüsse haben werden. In diesem gemeinsamen Markt wurden ab sofort auch keine Zölle mehr eingehoben. Hier siehst du die Gründungsstaaten von Euratom und der EWG, Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande. 1967 wurde ein sogenannter Fusionsvertrag geschlossen. Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die Europäische Atomgemeinschaft und die Europäische Wirtschaftsgemeinde wurden zusammengeschlossen und hießen ab sofort Europäische Gemeinschaft. Da dieser Staatenbund wunderbar funktionierte, wollten immer mehr Länder beitreten. 1973 waren das Dänemark, Irland und das Vereinigte Königreich. 1981 kam dann Griechenland dazu und im Jahr 1986 Spanien und Portugal. 1993 trat der Vertrag vom Maastricht in Kraft. Hier wurde zur Zusammenarbeit in den Staaten neu festgelegt. Das war 1992. Als neuer Name wurde Europäische Union gewählt. Der Vertrag von Maastricht trat dann 1993 in Kraft. 1995 wurde die EU wieder erweitert und zwar um die drei Staaten Finnland, Österreich und Schweden. Im Jahr 2004 kam die bisher größte Erweiterungswelle und zwar wurde die EU um insgesamt zehn Staaten im Osten Europas erweitert. Das waren Estland, Lettland, Litauen, Polen, die Tschechische Republik, Slowenien, die Slowakei, Ungarn, Malta und Zypern. 2007 traten Bulgarien und Rumänien der Europäischen Union bei und der bisher letzte Staat, der EU-Mitglied wurde, war 2013 Kroatien. Den Hefteintrag überträgst du bitte wie immer in dein Geografieheft. Die Begleitaufgaben zu diesem Video findest du in der Videobeschreibung oder auf meinem Blog und ich freue mich auf die nächste Geografiestunde.